Hallo, wir sind auf dem Weg zur Blogreise von You Like It Bike It, und zwar von der Österreich-Werbung nach Saffhausen, Pislavis. Und zwar haben wir hier die nächsten zwei Tage so eine Blogreise, wie ich schon gesagt habe, in den Bikepark bekommen und die Gegend allgemein, einfach wie die Natur so ist und wie die Träste ausschauen. Über diesen berichten wir dann und werden eigentlich die ganze Zeit mitnehmen. Wir sind schon sehr gespannt. Auch das Hotel ist einmal das Erste. Da sind wir dann heute Abend und werden Abendessen gehen und ein bisschen was für den Morgen vorbereiten. Genau, wir werden schon einige Fotos machen und morgen haben wir dann Mittag ein Treffen. Da werden wir dann mehr fahren über den Bikepark. Da werden wir ihn auch noch mitnehmen. Und ja, mehr erfahren wir. Jetzt habe ich noch ein paar Eindrücke vom Fahren dazu. Eigentlich der Hauptkern da. Und ich bin jetzt auch schon gespannt, ich war lange nicht oben. Ich war noch gar nicht da. Also für mich ist es ganz neu. Das ist eine gute Sache da. Ja. Wetter sogar relativ beständig Uhr am Frühmittag zum Mittag. Dann hoffen wir das Beste. Das stimmt. Wir sind ja schon sehr gespannt. Und ich auf alle Fälle auf den Hütensprung. Der war so sehr angekreist da in dem Bikepark. Ja. Schauen wir, was das zu bieten hat. So. Schönen guten Morgen. Heute haben wir ein bisschen örtlich. Gestern Abend war schon relativ dunkel. Und wir werden sogar mit Sonne begrüsst. Top. Also echt schön. Schauen wir, was uns heute erwartet. So. So. Beste vom Besten. Schaut gut aus. Für mich gibt es ja auch was. Und ein bisschen Wohl. Und ein Käsepapel-Dee für meinen Magen. Mir geht es einfach immer noch nicht so gut. Und so. 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 Der Weg zum Bikepark oder zur Waldbahn, wo Martin ist schon ganz fleißig und kann das machen. Das spart ihr auch auf dem Blog gesehen. Bis jetzt ist mir gar nichts los, die Kulissen ist mega. Dahinter seht ihr es. Richtig mega Gelände, also mega einfach, da kann man sich ausdoben bis zum bitteren Ende. Wir haben schon gesehen, dass ein Frühschoppen gibt, und wir waren uns in der Früh gar nicht sicher, ob wir Motorrad-Reisen machen oder Bike-Reisen, weil wir uns in so ein Motorrad-Hotel eingebietet, da hast du auch Biker, und echt lustig, die haben wir uns dann auch angeschaut, weil wir uns schon mit dem Dradl drehen und dem Lachen, aber wir haben uns für das Radl entschieden. Wir haben uns für das Radl entschieden, genau. Wir werden jetzt mal die Bikefahrten tracken, wie das alles läuft. Ja, dann schauen wir. Die erste Fahrt ist gemacht. Ja, war färlich. Wir sind hier diese blaue, rote und schwaste gefahren, und wenn es trocken ist, sicher mega, weil es nass ist und man schauen kann, wo die Linie fährt. Und was wir unbedingt im Bikepark machen, muss die Sprünge anschauen. Also, es sind geile Sprünge drin, aber nicht als erstes Mal volle Hülsen, weil da muss man wirklich wissen, wie man auffährt, dass man da nicht zu weit oder zu kurz kommt, weil die sind teilweise richtig lange Zeit, wo wir gesehen haben. Ja. Ja, auch schon da haben. Total. Ja. Es ist echt. Aber es ist wirklich cool zum Fahren und es ist total naturbelassen worden. Also die roten und schwarzen Tränen sind echt mega. Richtig cool. Schaut von der Gondel aus nie so aus. Nein. Wir waren richtig überrascht. Es ist echt cool. Und ja, aber wie gesagt, bei den nassen sind die Wurzeln echt happig. Wir wundern sehr, dass wir uns nicht sparen. Bei den nassen sind wir ein paar Tränen uns zu und der Kollege ist weggerutscht. Oje. Blickrichtung. Genau. Techniktraining war für keinen schlecht. Nein. Er flucht ja schon voll. Ah, für gut. Ja. Und was ist, ist die Wicke hat nicht den richtigen Gedanken, sondern den richtigen Vorrat. Aha. Genau. Das stimmt. Wir werden jetzt nochmal den gleichen probieren. Da oben oben. Oder einmal die Flowline. Vielleicht nochmal die Waffen ausräumen. Ja. Es ist auch so, dass die zwei unterschiedlich aufteilt sind in verschiedenen Namen. Und dann nochmal teilweise auch nochmal abzweigen in zwei, drei verschiedene. Also da muss ich echt aufdrucken. Mhm. Malzeit. 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 Ja. Malzeit. Ein bisschen schlimmer fixstellt. Und ja. Dann werden wir da ein bisschen erkunden. Und alles dürfen wir halt auch nicht wieder fahren. Weil ein bisschen was brauchen wir nachher für morgen auch noch. Genau. So. Bisschen wir mit uns ja. Ja. Wir nehmen uns mit. Bisse Wurst als früher auch noch. Und frisches Brot haben wir da. Und das ist echt netz Wetzeln. Spätabendorf Spätabendorf Wir haben einiges zum Tag gehabt, Fotos, Videos, ja Und Radl von Womada Ja eben, da sind sie Ja, Womega, wir waren zuerst im Bikepark drin Da muss ich was dazu sagen zum Bikepark Ich war voll wie so, wir haben aufgehoben und dann hat man die Falten dazu gedruckt und die Wiki zu mir und gesagt Boah, ich schau viel alt aus, das ist nichts für mich Ist auch so, was ihr gesehen habt Ja, auf alle Fälle, wenn wir da Zeit haben, haben wir kurz Mittag gemacht Jetzt sind wir auf die einen Seite vom Bike Genau, ja Da probieren wir jetzt auch ein bisschen was aus Bei der Almbahn sind wir jetzt gefahren, das ist echt ein geiler Treten Genau, ein bisschen was selber zum Treten, aber nicht nur Also man kann auch gleich die Flache fahren Und ist echt voll cool Ist ein bisschen naturbelassener, also richtig naturbelassener Und gar nichts los Ja, gar nichts los Also Steiner ohne Ende hat voll voll cool Aber auch eine Flo-Passagen, macht echt richtig gefahren Ja, drüben ist eine Murmelbahn, macht auch voll Spaß, mit Sprüngen und so Echt cool Also später brauchst du ein paar Stechterzeitl, bis du drin bist Also ein paar Tage gebraucht, bis du richtig drin bist Und es geht gleich immer, die sind super geshaped Da ist sogar eine Hütten-Drop, die es gegangen wird Ja, 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 also echt gut Also der Tisch kann durchsteigen, aber auch cool Ja, das sieht richtig, richtig geil aus Das ist dann, das ist für mich der Bahnhof die Liege So ganz wie heute Ich freue mich, dass ich es gut gesehen habe Ja, der wird jetzt hier direkt von oben, wo wir hergekommen sind Und ja, genau Gibt es da sie, kann man sogar Ja Oh, stimmt, da vorne Mega Es schaut richtig, richtig geil aus Und mega Bahnhof Wir sind nur Lade-Station Die einen laden E-Bikes, wir laden einen Zug auf, wo ist die Kamera da, seht ihr das, mega hinter, tausende hinter, ja tausende, mitten im Trail, also wir haben es gar nicht gesehen, aber man hat es gebrochen, auf dem haben wir stehen bleiben müssen. Zurück zu uns Ernst, der macht schon wieder Blödsinn, wir trinken jetzt einen guten Kaffee, auf einem mega, mega tollen Tag. Wir haben es aber stressig gehabt, das ist ein bisschen unterschätzbar, weil man nicht pedalieren muss. Ich bin wirklich fertig. Ja, wir haben 7000 Tiefen weitergemacht, also wir sind jetzt durchgefahren, ich habe gesagt, ein paar Mal stehen bleiben für die Fotos, das ist da relativ einfach, weil man hat eigentlich die Auszugspunkte eh schon auf die Hand gelegt. Und mit einer GoPro, da macht man da ewig viele geile Aufnahmen. Ja, aber es geht trotzdem so, laden die Hände und die ganze Kaffee. Und dann müssen wir so ballern, und die Dres sind jetzt so geschäbte Dres, das heißt relativ wenige Fälle. Und dann die Sprünge drin und so, und dann eher so Pump-Track, dass man eigentlich nicht bremsen muss und alles mit den Arbeiten verzögern und im Gegenanstieg vernichtet die Energie. Da tut es echt was. Ja, aber war echt cool. Wir haben eben Megaflow gehabt, vom Plätzbau. Oder halt dann wirklich eine richtige Natur. Und unten war dann echt heftig. Richtig, also mit Wurzeln und so, richtig geile Spitzkehren oder so, wo es was gegangen ist. Also der Frammes-Trail hat mir gut gefallen. Und jetzt läufst du laut, jetzt hast du einen Rotlader vorbeier, dann putzt du an. Führig. Jetzt haben wir nicht super verstanden, wie ich es gesagt. Nein. Genau. Morgen geht es weiter. Morgen geht es weiter. Da machen wir jetzt einen Kratner, vielleicht gibt es noch oben das Video. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ob es sich noch mal einlassen. Sehen wir uns dann morgen. Genau. Ciao. Ciao. Tag 2. Ja. Bei unserer Flugreise in Southhouse-Swissler-Lis. Ähm, ja. Wo sind wir heute? Alles. Heute fahren wir mal komplett durch. Fangen wir auf den schönen Joch. Auf dem Westerhaus. Dieses, was wir gestern gehabt haben. Dann hinten noch die Almbahn. Dann zurück die Kompadelbahn, die machen wir auf den Pizidauf, wenn wir alles durchgehen. Genau. Dann können wir wieder kurz auf den Bikepark einmal, glaube ich. Und dann, ja. Fetzen wir wieder. Was, alles. Die ganze Zeit so hergibt, oder? Ja. Aber ja. Mier. 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 Heute ist es so groß klar, mega. Also schauen wir uns heute noch vor allen Tagen erwarten, aber richtig richtig cool. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich mache genau da jetzt einen Cut und zwar wenn ihr es wissen möchtet wie das Video weitergeht an dem Tag dann bitte einschalten und zwar macht die Petra das nächste Video. Sie hat viel mehr Videomaterial noch mit der GoPro drauf gefilmt, also sie sind echt ganz cool geworden. Ihr könnt euch darauf freuen und wir hoffen euch hat das Video gefallen, also auf uns und jetzt war doch mega, also hat echt super viel Spaß gemacht und einen Daumen nach oben bitte und könnt euch auch gerne einen Kommentar da lassen und wir freuen uns schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.